Musik Ein Hipschlug das Fingernetritt und Pepsi-Gold. Aha. Die Fähler nur während der Buben drin sind. Ein Aufladen oder? Yalva, Yalva! Das ist ja lang, lang! Das ist gut. Also kannst du mir sie geben. Ja, ist gut. Da, da immer. Du siehst, eine Aufnahme. Wir müssen aufpassen auf die Geräusche hier. Es wird schon gehen, oder? Ein bisschen weggehen, oder was? Es gibt eine Riesensache. Das ist ein Stress. Jetzt sind wir schon 4 Stunden dran. Willst du eine Apple, Beate? Ja, eine Apple. Wäre so. Ein bisschen raus. Lins kommt auch ins Rauchen. Dann kommen wir raus. Das ist alles gut. 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 Jetzt gehen wir zu 2. Das ist schon gut. Wir kommen auf die andere Seite. Wir gehen in die Pflanzenschau. Du weißt. Lenti ist auch noch hinten dran. Ja, wir fahren jetzt weiter. Jetzt ziehen wir dann schon klein auf die Gona. Das ist halt so klein. Das ist eigentlich wie das Bundesratsreischen. Wir machen immer wieder einen schönen Film. Und dann bringen wir den Apple in Auschwitz. Verstehst du mich? Kannst du anlassen? Ja, ja. Machst du mal die Heli parat. Dann nimmst du die grossen Nacken und so. Ich möchte erst mal eine Pomme auspacken. Ja, muy eh. Jetzt hätten wir noch ein rostiges Blech für 1000. Ja, ja. Sehr geil. Ja, muy eh. Dafür haben wir andere Vehikel. Kann man aufmachen? Jaaa! Jaaa! Fand es gut, Plodi? Ja, absolut. Du musst nicht unsere Tänzerinnen flotten. Wir sind die Tänzerinnen flotten. Konzentriere auf deine kleinen Pfötchen. Schau, ja. Zittert auch. Wir müssen ja auch über den braunen und so, oder? Aber es braucht auch viel, viel... Weisst du, wenn ich wasse, das ist immer gut. Ist einfach geil. Das ist jetzt voll auf GPS, oder? Das ist auf GPS. Schöne Satellite, oder? Schöne Satellite, ja. Mucho, mucho, mucho. Hast du noch einen Film drin, oder? Hast du kontrolliert, ob es einen Film drin hat? Das mache ich mir erst dann... ...und dann ein bisschen... ...und so. Das ist echt super. Ja. Ja. Das wissen wir, wenn wir natürlich verkörpern. Du bist da auch spät. Ja. Jetzt werden wir gestorben. Wollen wir kommen? Hallo? Hallo? Ich bin ja bereit. Und jetzt? Ja. 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 Safety first! Ja. 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 Wir sind die Differente und Oberstrahlen. Okay, dann ist es gut. Jetzt gehen wir essen, reden wir nachher weiter. Beim Essen. All right, all right, hi there! Jetzt weisst du, sie töten nicht mehr vom Bayern-Bochsen-Plater. Wir sehen aus, wie es hier drin ist. Schau mal! Schlimm von dem Falten, Tini. A.D. für uns, ein schönes Wochenende. Strollee! Er ist noch nicht der Kommandante. Das ist unsere wievielte Location? Ja, die 531. Juhuah! Nach 15 Kuhmassen und 23 Bieren sind wir bereit. Und die Pflanzen ist auch im... Am Berechtigen. Am Berechtigen. Es gibt auch direkt Verkauf am Samstag. Das gehört auch zu der Main-Gruppe. Das ist die Main-Gruppe und wir sind jetzt hier mit der Topf-Division. Du hast mir mal gesagt, man sollte die nicht mehr brauchen, wenn man zu blöd sind. Das ist nicht wirklich glücklich, aber ich bin ziemlich doch so. Akkupflege ist für Muschis. Muschis, verstehst du? Muschis, wuschi. Da ist schon ein Zeitalin. Ja, also noch ein Gehirn zu Hause. Komm jetzt haben wir erst 5 Mal. Wir haben ja erst die Gehirn gesehen. Du bist ja ja still, Bruder. Ja, gut! Ich bin 20 Gehirn. Wie ein Arsch! Ein Arsch! Ich bin komplett... wenn 20 Gehirn gesehen sind, hast du die Gehirn gesehen. Wahnsinn. Wir haben drei geklappt und gewisse Leute, die schon kaputt sind. Schön. Darum folgt es ehrlich eher schade. Ich musste heute den ganzen Tag die Kamera halten. Ich bin total kaputt. Ja gut, ich mein doch. Du hast einen riesen Stress gehabt. Du meinst doch dünne Beine, Stefan. Ja das ist klar, dünne Beine. Das ist mir sehr klar. Hallo. Musik 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 Musik